Dieser schicke und top gepflegte Ford Kuga ST-Line Automatik könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Autohaus Wismar. Der Benzinmotor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt, das sieht schick aus und lässt die Sonne draußen. Mächtige 18 zu Leichtmetallräder unterstreichen den Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder, wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fahrersitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Kuga schützt Sie rundum mit ESP, Airwax, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehag. Zum Radio-Navigationssystem gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher vom Typ Sync 3. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem schicken und top gepflegten Ford Cougar ST-Line Automatik und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen noch das Ford Protect Garantiesystem. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Busquenstätral.com Wenn man nicht mehr Geld dafür muss, gelogen. Vielen Dank.